Und hier sind wir wieder live und in Farbe aus dem Marktreff Schulze in Weste-Urstedt. Heute präsentiert wieder unsere Princess of the Kobolds ihren Fensterreiniger. Wie heißt der? Das ist der VG100. VG100. Sie präsentiert hier, ich lasse Scheiben putzen, geil, ne? Leute, das erlebt ihr nur im Marktreff Weste-Urstedt. Live und in Farbe, wie man Fenster reinigt. Volker Muffe wartet gerne, zeigt an jedem Fenster hier bei uns, wie das geht. Und verkauft euch gern und berät euch gern. Kommt vorbei im Marktreff Schulze in Weste-Urstedt. Live und in Farbe. Bis gleich. Tschö.